Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Das einzige, was wir wollten, war Freiheit. Sie haben uns nicht mal zugehört. Jetzt bestrafen sie uns für das, was wir sind. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Du hast gesehen, was sie uns angetan haben. Es ist egal, was wir tun. Entweder kämpfen wir für die Freiheit oder wir sterben schweigend. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Wir müssen uns ihnen stellen. Wir haben keine Wahl. Das ist Wahnsinn. Holt alle Waffen, die ihr finden könnt. Wir werden Detroit befreien. Du machst einen Fehler, Marcus. Du kannst Freiheit nicht mit Blut kaufen. Ich hatte einen Traum. Aber jetzt bin ich leider aufgewacht. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Und für dich das Abend iPad... Ich werde die Flache schrecklich abschließen. Nicht die Flache. Vielen Dank.